Und damit ein herzliches Willkommen zum achten Part von Anno. Handelsroute ineffizient. Keine Waren verfügbar. Okay, das fängt ja schon mal gut an. In der letzten Folge haben wir ja vieles gemacht. Wir haben herausgefunden, wie wir... Der hat ja gar nichts. Fail? In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass wir... Also wir haben jetzt herausgefunden, wie wir die Schulden bekämpfen. Was ich auch sehr gut finde. Okay, okay, der verdreht. Okay. Warum seid ihr denn so unglücklich? Keine Gemeinschafts... Ach so, ihr habt keinen Zugang zum Gemeinschaftszentrum. Ja, dann lass uns... Bin zufällig in der Gegend. Braucht irgendwer was? Nein. Du darfst nicht die Stadt verlassen. So. So. Ja, hier, das ist der Trenchcoat. Warte, wenn ich den hier finde. Abwanderung, bla bla bla. Gut, eingehalten. Ja, es ist Sand. Also hier, der Sand, der macht uns versorgen. Minus zwei. Das ist sehr gut. Denn, äh, wir gehen langsam ins Plus. Und, sag ich, wir haben zu viel Beton. Ey, das kann's doch wohl nicht sein. Beton. Du bist da. Ha, ha, ha. Maximale Beton, ey. Das hab ich auch noch nicht erlebt. Können wir haben ein bisschen Beton verkaufen. Ähm, äh, von unserer Basis. Hier, das kommt weg. Letzte mal Beton ein. Und dann letzte hier, äh, Beton aus. Kriegen wir auch hier mal wieder ein bisschen Geld. Minus drei. Wohnhaus ist aufgestiegen. Yay. Noch ein Wohnhaus ist aufgestiegen. So, ähm, ich muss jetzt gucken. Hast du Zeit, mir in dieser Angelegenheit zu helfen? Äh, äh, sieben Bauzellen. So lässig, wie du hier rein spazierst. Hast du den Auftrag gemeistert? Sieben Bauzellen können wir gerne machen. Hast du, Kollege, hast nicht grad ein paar Bauzellen? Geil, der hat sogar ein paar Bauzellen dabei. Nächstes Mal helfe ich dir. Oh, cool. Ist ja aber grad ein geiler Zufall. So, äh, hier kann's mal. Weitermachen. Hier, verkaufen wir es mal. Das ist leider alles, was wir im Moment anbieten können. So. Aufgemacht. Alles klar. Wir leben ja nicht wie im Mittelalter. Nein. Nicht, du, äh. So. Ah, okay. So, Werkzeuge. Werkzeuge. Haben wir ausreichend. Okay. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, bauen wir unsere Stadt etwas weiter aus. Ich würde sagen, alles so ist okay. So. Mal hier noch. Da, 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 da. Und hier. Und hier. Okay. Sodass wir wieder so eine gerade Ebene haben. Äh, dann würde ich mal sagen, äh, machen wir hier noch eine letzte Reihe hin. Hier so. Dann können wir es hier hin. so, 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 so. Ja, mein Lieblingswort heißt, so. Ähm. Okay, da können wir, äh, okay. Okay, da können wir nicht hinbauen. Dann würde ich mal sagen, wir machen so eins hin. Und so. Und dann, ah, gucken wir mal, wer alles aufsteigen kann. Keiner im Moment. Okay. Kann ich verstehen. Wir sind schon im Plus. Das ist sehr gut. Und, denn wir wollen da auch, äh, bleiben. Hier ist der Trenchcoat. Kannst du mal meine Gedanken lesen? Ja. Kann ich. So. Alles im Lot. Das ist jetzt hier der Trenchcoat. Der topft man ab und zu auf. Bei dem kann man Sachen kaufen. Und, ja. Das war es eigentlich auch bei ihm. Ist alles, was man bei ihm machen kann. Und, ja. Am besten, wir bauen hier noch, äh, wie viel, wie viel Kohle haben wir denn eigentlich? Wir haben, wir haben gar keine Kohle. Das ist nicht gut. Wir brauchen Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Kohle, nein, falsch. Hier irgendwie noch eins hinsetzen. Oder hier. Da. Hier kann man noch eins. Naja, hier würde ich gerne, äh, Dings denn bauen. Äh, mh. Dann bauen wir hier noch. Eins. Zwei. Na, komm, bauen wir mal vier. Komm. Aber schön in die richtige Richtung. Ah. So. Und. Äh. Ja, wenn ihr euch wundert, warum das jetzt hier gerade so ein bisschen schlecht geht. Das liegt daran, dass ich jetzt mit meiner, äh, Gamer-Maus-Spiele, da mein, also dem Kenny, Kenny seine Maus gerade, äh, kaputt ist. Und, ja. Ist eigentlich der einzige Grund heute. Aber das ist ja mal eine Ausnahme, ist ein Plus 11. Ich würde sagen, das wird, das wird mal für den Anfang, wird es mal reichen. Aber am Ende werden wir vielleicht mal hier da ein Feuerwehr hinbauen, wenn es geht. Aber ansonsten würde ich sagen, ja. Schwimmen wir auf Wolke 7. Können aber auch mal mehr Bauzellen produzieren. Also, und, äh, ja. Nicht ganz astrein, die Sache. Aber es lohnt sich. Okay. Wir müssen ihm Sand liefern. Dann bleibst du mal gerade hier. 16 Sand. Sand haben wir ja nur neun. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Wir haben ja nur neun Sand. Und du, was lädst du gerade ein? Trend kurz da unten. Ne, wir machen, wir machen es so. Wir machen es ganz einfach so. Du machst deine Route weiter. Und dich nehmen wir mal für 16 Sand. So, na. Und so. Okay, dann fahr ich jetzt mal schnell zum Trenchcoat. Denn wir haben nur noch ne knappe halbe Stunde für die Mission. Und, ja. Also, ich weiß nicht, warum die so lange dauern. Aber, also, warum man so viel Zeit hat, finde ich das ein bisschen unsinnig. Und hier ist unser schöner Wasserfall. Hier ist unser Gebirge. Das hier ist das Gebirge. Finde ich einfach geil gemacht. Hier die Klippen und alles. Cool gemacht. Respekt an euch. Und wir wollen ja mal gucken, wie es in unserem Fleisch-Scherbettri vorangeht. Äh, hier ist einer. Okay. Ich würde mal sagen, Fleisch haben wir jetzt, äh, genügend. Und dann werden wir hier mal Aroma... Arom... Aromastoffe... 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 Werte steigen. Yay! Das hört man doch immer gerne. Hier noch einen hin. Und da einen hin. Und dann war's das auch. Fürs Erste. Fürs Erste. Und wir sind wieder im Minus. Das ist schlecht. Aber... Minus sieben kann man verkraften. Ist nicht das Ende der Welt. Und deswegen bauen wir lustig und fröhlich weiter. Hier noch... Und dann brauchen wir hier noch eine Straße. So. Wir könnten aber auch generell... Hast auch nicht zu viel Aufsehen erregt? Nein, nicht ganz astrein, die Sache. Aber es lohnt sich. Yay, hat jemand Pizze... Wenn du nicht Gas gibst, platzt unser Deal. Boah, jetzt müssen wir noch ein Schiff kapern. Auf den Sack. Oh, Mann. Jetzt müssen wir... Wenn du nicht Gas gibst, platzt unser Deal. Wir können das nur mit Kriegsschiffen kapern. Kriegsschiff. So, du... Kommst erst mal hierhin. Weil wir haben nicht mal genügend Zeit. Wir haben noch eine knappe halbe Stunde. Ja, das gleiche wieder wie vorher. Eine halbe Stunde Zeit. Um das Schiff zu kapern. Das irgendwo am Arsch der Welt rumgammelt. Hier, das finde ich jetzt persönlich ganz cool. Jetzt muss ich das ein bisschen so machen, damit ich auch später hier Anno und dann hier die Zahl machen kann, damit das hier auch im Bilde ist. Hier ist so ein Ökobonus. Das macht hier... Kann man auch lesen. Durch die Ökotechnologie auf die Sensel ist ihre Ökobilanz permanent verbessert. Das hört sich doch ganz cool an. Hier sind auch kleine Schwäne und hier Adler. Es gibt hier auch irgendwo Tiere. Registriere Festland. Oh, ja. Naja, passiert im Krieg. Passiert im Krieg, dass wir Festland entdecken. Also jetzt gibt es ihnen das doch mal. Nein, wir müssen es anders machen. Wir schmeißen einfach das hier mal. Hallo? Kann nur auf Kampf irgendwas schicken. Hier. Da, gib denen das doch. Alter, gib denen das doch. Oh. Aha. Okay. Jetzt nehmen wir die Verfolgungsjagd auf. Attacke. Körper das Schiff. Oh, du hattest grad nichts zu tun. Aha. Interessant. Müssen wir hier gucken, welches Schiff dazu dafür zuständig basiert, arbeitet und dafür haben wir kein Schiff. Außer unserem Pionier. Den werden wir auch jetzt dafür benutzen. Wir müssen dieses Schiff einholen, aber schnell. Aber schnell. Aber schnell. Aber wir fallen hier mit Top Speed rum. Achso, das geht uns. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass unsere Hauptinsel. Yeah. Sie bewundert unseren Wachstum. Hier ist unser Casino. Hier ist unser Casino. Okay. Okay, okay, okay. Ich würde jetzt mal sagen, wo ist das Schiff? Naja, es wird knapp. Sehr knapp. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es, bevor es eindringt, hoffentlich noch kriegen. Schneller Schiff. Schneller. Schneller Schiff. Top Speed. Top Speed. Schneller. Schneller, Bitt. Mach schneller. Schneller. Oh, eine verdammte Pleite. Nein. Es ist weg. Nein, wir können es auch kriegen. Wir können es auch kriegen. Komm, 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 komm. Dann zerstörst du es wenigstens. Ah. Von Scanner bis Sona. Warum haben wir denn das Zeit? Wir werden nur noch in den Zeit. Und zerstören wir es eben. Pech. So. Wir gucken der Schlacht zu. Pam, 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 pam. Ah, das ist immer noch so viel Leben. Wir werden es nicht mehr zerstören können. Leider. Wir müssen eine größere Flotte aufbauen, um unseren Gegnern zuvor zu kommen. Ja. Ja.